André Danach Ich muss mal richtig hinsetzen, Herr. Zurück! 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 Eingreifer zurück! Eingreifer zurück! Eingreifer zurück und hier nach vornieren! Zurück! Vorn! 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 Linke! Vorn! 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 Der Erführer! Schuss rausnehmen! Lukas, hinter dir! Alles nicht schneiden! Und weiter, ran, ran, ran! Nee, der ist doch nicht tot hier! Da ist doch Bockenschützen drin! Herr Kommels! Versuchen! Versuchen! Nicht die Leute schießen, Herr! Eins, zwei, drei! Da! Ah! Zahne links! Einer! 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 Super! Eh... Die hier zusammenble собerden! Und, Leute, kommt weiter, weiter, bitte. Eunice, vor Luft! Das war schon ein bisschen zu heiß. Wir sind fertig. Vorwärts! Das war schon ein bisschen zu heiß. 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 Vielen Dank.